Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich Ikea-Packstüren einbauen und einstellen und somit natürlich diese nachträglich auch noch an unserem Kleiderschrank richtig justieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei uns im relativ großen Schrank und natürlich funktioniert es bei anderen Varianten und Größen relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir uns aber am besten alles ordentlich auspacken, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach können wir unsere Tür auch schon richtig vorbereiten. Hierfür diese zum Beispiel auf einen Teppich legen oder wie in meinem Fall einfach hinstellen und dann müssen wir nicht auch mal unser Scharnier schon richtig rum hier in diese großen Bohrungen hineingeben. Und das Ganze wird nun mit zwei solchen etwas kleineren flachen Schrauben noch befestigt. Hierfür können wir entweder einen Schraubendreher nehmen oder wie in meinem Fall einen Akkuschrauber. Wir sollten nur natürlich darauf achten, dass wir die Schrauben auf gar keinen Fall überdrehen. Im nächsten Schritt benötigen wir pro Scharnier zwei so etwas größere Schrauben und da müssen wir nämlich jetzt das Gegenstück von dem Scharnier auch an unserem Seitenteil vom Schrank festmachen. Wichtig ist nur, jetzt im Moment steht meine Tür ja am Boden auf. So sollten wir das Ganze nicht befestigen, sondern die Tür müssen wir natürlich etwas nach oben bringen. Ich halte hier alleine zum Beispiel jetzt einfach meinen Fuß drunter. Mit einer zweiten Person geht es natürlich noch leichter und da achtet man eigentlich nur darauf, dass oben die Schranktür auch in etwa bündig mit dem Schrankkorpus ist. Und danach kann ich das Ganze einfach mal hinhalten und natürlich wieder hier alle meine Scharniere ordentlich festschrauben. Unsere Schranktür ist somit auch schon richtig montiert und jetzt müssen wir sie natürlich auch noch final einstellen. Ich persönlich gehe am liebsten immer so vor, dass ich mir natürlich erst einmal eine Tür aussuche, die ganz außen sitzt und dann schaue ich, dass diese jetzt wirklich am Ende schön gerade sitzt und nicht irgendwie leicht in eine Richtung rüber kippt. Und hierfür schaue ich mir am liebsten den Rand hier außen mal an, bedeutet ich schaue den Abstand von meiner Schranktür zu meinem Schrankkorpus an und der Abstand sollte natürlich überall über die Länge gesehen gleich groß sein. Wenn hier unten zum Beispiel der Abstand etwas größer ist, bedeutet das, dass meine Tür natürlich hier unten etwas weiter nach außen müsste oder ich könnte natürlich auch hier oben einmal die Tür etwas weiter Richtung Schrankinneres bekommen. Hierfür ist diese vordere Schraube zuständig. Wenn ich da zum Beispiel im Uhrzeigersinn jetzt drehe, stößt sich das Scharnier auch etwas vom Seitenteil weg und meine Schranktür wandert natürlich auch dementsprechend von dem Seitenteil weiter weg. Drehe ich das Ganze jetzt gegen den Uhrzeigersinn, dann kann man hoffentlich auch in der Kamera etwas erkennen, dass das Scharnier wieder Richtung mein Seitenteil geht und somit natürlich die Schranktür auch wieder weiter nach außen. Das Einstellen von der Tür dauert leider immer etwas, da es meistens nicht ausreicht an einem Scharnier etwas zu ändern, sondern wirklich alle vier Scharniere irgendwie leicht eingestellt werden müssen. Wenn das Ganze aber auch wirklich schön gerade bei dir sitzt, dann mache ich als nächsten Punkt immer die Höhe. Bedeutet, ich kann mir die Tür jetzt entweder etwas höher bringen oder auch etwas tiefer. Bei unserer ersten Tür ist das normalerweise nicht ganz so wichtig, da sollten wir einfach schauen, dass die Scharniere wirklich alle ungefähr in der Mitte sind und hierfür ist hier unten nämlich so eine kleine Markierung. Bedeutet, das sollte der Pfeil auch in etwa bei der Mitte, bei dem Größenstrich hier außen sein und falls es bei dir aber nicht so ist, dann haben wir hier oben auch noch diese Einstellschraube, die ich jetzt zum Beispiel mal im Uhrzeigersinn etwas drehen kann und dadurch können wir auch sehen, dass das Scharnier im Allgemeinen etwas weiter nach unten gewandert ist. Bei mir, wie gesagt, möchte ich einfach, dass es in etwa in der Mitte ist, weswegen ich mal wieder schaue, dass hier unten der Pfeil auf meinem großen Strich drauf ist. Das selbe Spiel habe ich natürlich mit den drei anderen Scharnieren genauso gemacht und nun müssen wir mal auf die Seite gehen und können jetzt auch noch hier nämlich den Abstand von der Tür zu unserem Schrank einstellen. Bedeutet, die Tür könnte ich entweder etwas weiter vom Schrank wegbekommen oder natürlich auch etwas weiter hin zum Schrank. Da kann man eigentlich nur darauf achten, dass auch wieder hier der Spalt überall in etwa gleich breit ist und es ist auch wichtig, dass sich die Tür natürlich super öffnen lässt. Ist das Ganze nämlich zum Beispiel zu weit beim Schrank dort, dann würde die Tür einfach nicht mehr richtig aufgehen, da es hier hinten immer etwas schleifen würde. Hierfür sollten wir die Tür sicherheitshalber auf jeden Fall mit einer Hand festhalten und dann müssen wir mal diese Schraube hier hinten etwas gegen den Uhrzeigersinn auch schon lösen. Und wäre jetzt zum Beispiel auch noch das Scharnier hier oben drüber und unten drunter gelockert, dann könnte man jetzt das Scharnier auch etwas weiter nach innen schieben bzw. auch etwas weiter nach draußen. Und danach muss man einfach nochmal diese Schraube hier im Uhrzeigersinn festdrehen, dass sich natürlich auch nichts mehr lockern kann. Unsere erste Tür ist somit auch schon richtig eingestellt und so gehen wir natürlich mit den anderen Türen jetzt genauso vor. Bei mir ist persönlich am wichtigsten am Ende gewesen, dass wirklich diese Spalte in etwa bei allen Türen gleich groß sind, dass es optisch auf jeden Fall schön ausschaut. Und von der Höhe her bin ich von der ersten Tür ausgegangen und möchte natürlich, dass hier auch nicht irgendwie so eine kleine Stufe mit drinnen ist. Zum Schluss sollten wir auf jede Tür noch zwei von diesen mitgelieferten Plastikdämpfern drauf geben. Die haben einfach den Sinn, dass unsere Tür deutlich leiser schließt. Das bedeutet, ich ziehe das Ganze einmal ab und dann muss ich auch schon hier unten am besten in der Ecke mal diesen Plastikdämpfer hineinkleben, so dass der Plastikdämpfer auch hier hinten direkt an meinen Schrank dagegen stößt. Bei mir schaut es super aus und dasselbe Spiel muss ich natürlich ganz oben an der Decke bei meiner Tür auch noch machen. Und somit haben wir dann auch schon unsere Packstür nämlich richtig eingebaut und vor allem auch richtig eingestellt. Wie man jetzt übrigens einen Türgriff noch anbringt, dafür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf dem Kanal. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens weitere Packstüren oder natürlich auch Zubehör wie zum Beispiel weitere Scharniere oder solche Türgriffe hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.